Aja Consolidating Items Ja, das hatte ich eben auch Einfach kurz warten HESS! Hm? Einfach kurz warten und dann hast du's gleich Hör jetzt auf Reicht jetzt, ja? Ui Jetzt hör mal auf, alter Bistar jetzt Frontline oder was, alter? Ja, aber nur auf der einen Map, ne? Nee Wie, nee? Nee Auf der einen Map jetzt! Nee, was für eine Map! Wir zocken jetzt jede einzelne fucking Map Bis wir einen fucking Win holen! Mountain Peak. Gute Wahl. Warte, ist das nicht die Map? Nein. Nee, die ist scheiße. Du bist scheiße. Kommen wir jetzt mal zu dir. Oh mein Gott, durch den. Wir drehen das Spiel jetzt noch. Ich weiß, es steht gerade 729 zu 541, aber wir drehen das Ding noch. Ja, ciao. Ja, tschüss, Alter. Ich habe gerade richtig einen weggefetzt. Bruder, nein. Oh. Ja, gehen wir da hoch, oder? Oh, Ehre. Wie er da draufsteht. Töte ihn, töte ihn, der jetzt vor dir ist. Ja, töte ihn. Hast du ihn? Oh, ich habe einen. Ich habe einen, Leon. Ich habe noch einen. Warum bin ich so krank in dem Spiel? Ich habe gerade 51 Schaden gegeben. Ich habe ihn. Alter, outplayed, bitch. Die Geil ist eine Balliste. Ja, warte, warte, du musst ihn nicht töten. Ja, dann töte ihn. Nein, nein, ich will doch das dran. Ich habe sie. Ich habe sie. Ey, Junge. Zum Ohr, war ja. Oh, ich habe es gesehen. Alter, hast du kassiert? Du wurdest richtig weggegangbanged. Oh, schon wieder. Du warst das, du dummer Hurensohn. Ich fick dich. Nee, wie war das mit dem Messer im Ferienkampf, Alter? Ich fick deine Mutter. Ja, ich hoffe, du bist. Ja, du hast den Bogen verloren, Arschloch. Ich fick dich. Ja, zwölf Teamstern. Oh, tschüss. Oh, oh. 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 Den kann ich rausziehen, wenn ich will. Aber ich weiß nicht wie. Oh. Du bist voll da reingelaufen. Du bist einfach umgefallen. Ich habe dich nicht mehr abgeschossen. Du bist einfach nur in diese Scheiße. Oh, mein Gott. Es wird einfach trotzdem ein Teamkiss. Ah, 36 Damage. Du kriegst jetzt auch, Smaller Arschloch. Oh, der hat eine Gitarre. Ah. Wir haben das Spiel tatsächlich sogar noch gewonnen, Alter. Ey, jetzt wird erstmal das Bier geöffnet, Alter. Du weißt schon, dass ich seit Anfang der Aufnahme im Bier trinke. Alter, jetzt bin ich aber dabei. Mach mal Prost aufs Mikro, Alter. Hab ich schon, aber Prost. Ui. Prost. Leon? Ja? Willst du schon wieder gekickt werden? Ey, ich mache doch gar nichts. Ich schieße auf die roten Pferde. Was soll ich machen? Wie kann man noch so tiefen? Und sich vorne Balliste stellen. Digga, ich konnte nichts anderes tun. Ich auch nicht. Komm her. Oh, ich schreibe. Ich schreibe. Oh. Oh. Ich habe geschrieben. Auf die Fresse. Der Typ lacht hier die ganze Zeit. Weiß ich was. Das ist nur ansonsten. Oh Gott, ich will ihn töten. Lass den Kinn kommen. Bitte lass ihn töten. Ja, komm. Auf. Behind me. Behind me. Oh. Hilf mir doch, Junge. Was soll denn das jetzt? Lass mich doch nicht alleine, Junge, Alter. Oh, 18. Oh, 18. Oh, da ist mich. Oh, tschüss, Alter. Ich habe ihn 25 Team schauen. Oh, ich bin da, Junge. Oh, 12 AP. Es hat dich getroffen. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich bin tot. Wo ziert das richtig, der Wichser? Ich habe einen teammate gekillt. Ich habe mein Pferd verloren, Junge. Oh. Oh, ich bin voll in die Holzspikes gesprungen. Oh, nee. Verpiss. Oh, lass mich in Ruhe. Ich habe das Pferd richtig weggejoinkt, Alter. Direkt nach dem Spawn. Direkt eh gespammt. Oh, der Typ, den ich gekillt habe, ist gerade im Spawn. Ich glaube, der ist noch richtig mehr auf mich. Ist das enges Blocker, man? Nein, das ist... Das ist Aermon. Oh, nee, er will mich. Er tötet mich. Töte ihn, Leon. Hilfe. Leon, hilf mir doch. Guck mal, wo ist du? Er riecht Tilt. Den hinter spiele ich ihr Ernst. Er riecht lau, ne? Er riecht lau. Oh, shit, aber er ist nicht mehr... Er ist nicht in Reichweite. Er muss hier einmal drüber laufen. Wir müssen ihn jetzt dazu bringen, dass er hier einmal drüber läuft. Und jetzt rau... Oh. Er macht es nicht. Doch, jetzt. Rauf. Ran. Ich habe nur sein Pferd gekillt. Töte ihn. Bin dabei. Ab hin. Easy. Dummes Stück Scheiße. Fucking easy, Alter. Warte, lass mich kurz snack in den Chat schreiben. Alter, was ist denn los für den Typen? Der ist richtig komisch. He is a terrorist. Was ist denn das für ein Witz? Oh, wurde der weggefickt. Hilfe, Irwin, jetzt geht das auf. Ja, warte, warte, ich komme zurück, ich komme zurück. Ist er schon da? Ja, da ist er. Ich höre ihn schon lachen, dem Wichser. Er kommt zu mir, der frustriert. 52 Teamschaden. Ich kann mir nie sicher sein, ob er jetzt eine Fan macht oder nicht. Easy. Warte. Lock ihn weiter nach hinten. Ich kriege es nicht geschissen gegen den Hurensohn. 25. Everyone who doesn't vote are terrorists. Er ist wieder da. Das Problem ist, wir spielen das Spiel halt so unglaublich falsch. Ja, hol ihn dir. Ich versuche zu blocken. Ja. Tschüss. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Leon, hinter mir. Lepix, I hope your mother dies. Angus, you too. Entryon. Er nimmt das Spiel so unglaublich ernst. Rexel, no, I listened to the ones who fucked your mother. Oh, ja, ich bin da. Er hat mich, er hat mich. Oh fuck, ich hasse ihn. Okay, ich habe einen neuen Feind. Ich habe einen neuen Feind. Halt, Hatzplex. Als ob du jetzt schon wieder einen Teammate als Feind hast. Ja, sicher. Was ist denn los mit dir? Ich habe dem nichts getan. Der ist einfach nach oben gekommen und hat auf mich eingeschlagen. So, dann schauen wir doch mal, was du nach oben machst. Ja, der Typ hat mich gekillt. Also werde ich jetzt auch auf ihn gehen. Hinter dir. Hinter dir. Nein. Er geht an die Ballen. Was macht ihr denn hier? Ich glaube, er hasst dich richtig, ey. Was ist gerade? Wo ist er hinten? Leon? Wo ist Hatzplex hin? Oh, dieser Kampf zwischen euch ist so göttlich. Oh, da unten ist ein Gegner, Leute. Passt auf. Er ist hinter dir. Er ist hinter dir. Ich verperse. Lad gerade auf. Glaubt er nicht? Also er will gerade aufladen. Oh mein Gott. Hinter dir, Junge. Hinter dir. Pass auf, Bruder. Oh, ich bin so laut. Ich muss mich zurückziehen. Tür zu. Ey, mach du nicht die Tür. Bist du tot? Ja, natürlich. Du hast die Tür zu gemacht. Wir sollen nicht nach wieder rein kommen. Hier sind drei Leute. Hilf mir doch. Warum verpisst du dich einfach in den Tod, Arschloch? Ja, ja. Ich bin bei dir jetzt hier. Ich greife jetzt mit an und geht es weiter. Ja. Ey, geh jetzt hier. Rein da. Ja. Ey. Oh, Junge. Warum brennst du hier? Ey. Oh, das war knapp. Warte. Oh, die Welt. Oh. Ey. Ey, pass auf. Hilf mir doch, Junge. Hier sind... Ja, mach ich doch. Ich werf doch was. Ich hab null AP. Ich bin sowas von schwer. Du wirst nicht sterben. Alles, alles, alles. Es ist da... Hinter dir, Junge. Da kommt ein Pferd. Ey, mach Platz, Junge. Mach Platz. Immer noch Platz. Immer noch. Ey. Vertrauensherr ist ja auch viel mit der Scheiße. Geh mal weg jetzt. Tut mir leid, ey. Oh, ich brenne. Oh, jetzt ist die Balliste kaputt, ey. Ich wusste, dass ich sterben werde. Ja, du hast ja auch keinen Platz gemacht, Mann. Du hast mir keine andere Wahl gelassen. Team Kill. Immer, aber mal... Oh. Alter, wurdest du weggefickt von dem Typ. Aber bitte mit Sahne, Alter. Tschüss, Alter. Das war's dann, Alter. Tschüss. Kein Bock mehr, Alter. Das ist Kackspieler. Tschüss.